Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 17. Juni 2021. Damit den einen Handelstag vorm Verfall, vorm großen Hexensabbat. Rückwirkend betrachtet sind es einfach die Donnerstage, die meist am meisten knallen dann in solchen Wochen. Das sind immer die Tage dann mit der größten Ausstrahlung. Schnurren-Verfall-Wochen. Das ist begründet durch EZB, durch FED am Mittwoch und so weiter und so fort. Eben eigentlich fast jeder. Ich habe jede Woche Donnerstag immer wieder schöne Events, die dafür sorgen, dass wir da immer wieder gute Bewegungen drin haben. Und hier dürfte jetzt aber der Verfallstag eben maßgeblich sein und vielleicht noch nachwehen von der FED. Der Euro-US-Dollar hat ganz gut was kompensiert, sodass wir im DAX noch gar nicht so viel Bewegung gesehen haben. Das kann aber sich 9.30 Uhr schon ändern. Wir schauen gleich mal drauf. Unser DAX gestern saß noch auf der Krippe, jetzt hängt er dran. Also so ganz abgeschossen hat er sich noch nicht, aber wir hatten ein bisschen darüber gesprochen, wie das ausschaut. Und hatten eigentlich gesagt, dass es schon eine gute Chance ist, nach oben raus, eben weiter zu laufen, wieder über die 7.80 drüber und zack. Das hat er nicht getan, hat sich eigentlich direkt von Beginn an nach unten gedrückt. Hat aber Piano gemacht halt, ne. Also hat schon alleine schon die 6.70 zu erreichen. Das war jetzt eine kleine, naja, Bewährungsprobe, eine Geduldsprobe. Ja, Geduldsprobe, das trifft es glaube ich am besten. Hat er erst kurz vorher gedreht, dann später nochmal drauf, hat damit jetzt hier einen Dreifachboden. Und damit muss ich schon sagen, wird es natürlich für den Donnerstag unten raus entsprechend wackeliger. Wir hatten hier immer so diese 6.30, diese 6.100 im Blick. Ich glaube, von der würde ich mich ein bisschen distanzieren wollen zum Donnerstag. Und mal so ransetzen, also wenn er hier unten abhaut, jetzt, ich, ja, es ist, ist und bleibt eine gute Unterstützung. Im Bereich um 6.30, 6.100. So, ich müsste kurz ein bisschen was rausschneiden, damit ihr das gewusstet, ihr nicht mehr drauf habt. Deswegen sind die Pfeile jetzt schon ein bisschen gesetzt, aber ich hatte schon ein bisschen weitererzählt. Habe mich schon aber etwas verhustet, habe jetzt erstmal was getrunken, jetzt passt es besser. Also, unter 6.70, ähm, per Stundenschluss wäre so gesehen eher jetzt ein Schurtsignal. Also, das wird sehr interessant. Natürlich bleibt die 6.35, 6.100, bleibt nur Unterstützung. Wenn er da zum Beispiel hinspikt und er lässt aber seinen Stundenschluss, das hat er wieder hier oben drüber halt, ne, so 6.50, 6.60. Und dann könnte er sich nach oben hin durchaus richtig durchladen, ne, weil dann macht er das, was er die ganzen Donnerstage gemacht hat. Das hier war auch ein Donnerstag, erinnert euch dran. Das war auch ein Donnerstag, ne, also, wenn er hier bloß kurz unten rein tippt und direkt grüne Stundenkerzen zurücklädt, dann ist das durchaus eine Vorlage, um bis 87 durchzuladen, direkt an dem gleichen Tag noch. Ne, das kann er dann am Donnerstag erreichen. Wenn er aber per Stundenschluss hier runter geht und er bleibt hier und er bleibt auf roten Kerzen und er bleibt schwach und da kommt nichts Hartes Grünes rein, dann lasst ihn fallen. Dann weiter fällt er. Dann fällt er zunächst bis runter, wahrscheinlich in einem Rutsch, bis auf die 5.70. Und dann nimmt er sich für den Rest hier noch so ein bisschen Zeit. Ne, 5.50, 5.10 und könnte aber sogar bis zur 4, naja, was ist denn das hier? 4.65, könnte er schon durchrutschen. Auch zum Donnerstag, wenn er sich schwach zeigt. Wenn er wirklich hier drunter abhaut. Wenn ihr aber seht, der geht hier runter und der hackt hier direkt da. Fette, lange, grüne Kerzen. Schon auf den kleinen Zeiteinheiten wieder hier unten rein, dann in den Bereich. Ich glaube, dann würde ich erst mal short zurückstellen und long probieren. Weil wir kennen das aus den letzten Wochen. Immer wieder, immer wieder, es ist ganz markant, immer wieder die Donnerstag gewesen. Nach unten angeschlagen und dann hoch und dann den ganzen Freitag noch durch. Das heißt, wenn wir das jetzt bekommen und der zieht sich zum Donnerstag bis hier hoch, dann können wir davon ausgehen, dass er am Freitag hier auch noch weitermacht. Ne, und dann hier oben endlich mal noch die Verkeilungslinie das letzte Mal abholt. Also, in diesem Sinne würde ich schon sagen, 6,70 sollte man im Auge behalten zum Donnerstag. Wie gesagt, wenn er drunter sticht und er kondert sich direkt aus, dann durchaus eine Long-Verlage. Ne, auch wenn ihr seht, der war hier drunter und hat sich schnell wieder hochgekämpft. Dann nicht so sehr auf der Short-Seite verkämpfen. Das ist dann wahrscheinlich kein Short, das ist eher eine Long-Verlage. Wo, wenn ihr seht, der kleckert einfach nur runter und er zeigt sich schwach und er hat überhaupt keine Lust und wirkt eher verunsichert und ängstlich, vielleicht sogar mit leicht panischen Bewegungen. Dann nicht zu früh gegenstellen. Wartet ab, bis er grün eintritt und wenn er nicht grün eintritt, dann lasst ihn laufen. Bis, im Zweifel bis Tagesende halt, ne, wenn er nicht auftritt. Er hat das sehr oft gezeigt, dieses Aufdrehen am Donnerstag, man sollte deswegen sehr gut drauf achten. Aber ohne dieses Aufdrehen würde ich keine Longs riskieren wollen. Ne, weil hier eindeutig das Risiko in dem Moment, wo er das Band wieder unten öffnet, da wäre nach unten eben zu übertreiben, rauszurutschen. Ansonsten, bleibt er hier, ich sag mal zwischen 6,50 und im weitesten 7,80, 7,50, dann ist es nur seitwärts, das ist nur Geschiebe. Ähnlich wie letzte Woche. Letzte Woche hat er auch noch seitwärts gemacht zum Donnerstag, hat er dann aber zum Freitag halt hinten richtig rausgeschoben. Oben, 7,80, in etwa so das Gleiche, wie das, was hier unten, diese 6,35, 6,100 ist. Sollte der sich hier hochstoßen und zum Donnerstag, und von dort harte rote Kerzen, das sind auch Schottelvorlagen. Und zwar von dort dann, wenn er das hier bringt, Schottelvorlagen bis hier runter. Ja, also von da oben und einmal hier rein, auch denkbar. Sollte aber hier oben rüber gehen und eben nicht nach unten zocken, eben keine harten roten Kerzen bringen, stabil bleiben, ruhig bleiben, Stärke zeigen, Stück für Stück weiter steigen, eine grüne Stunde Kerze nach der anderen, dann lasst ihn laufen. Donnerstag ist das Gleiche wie Rom. Das ist zum Donnerstag sehr, sehr wichtig, dass man versucht, diese Eckbereiche, die ihm nahe liegen, das macht er nämlich sehr, sehr, sehr gerne zum Donnerstag, dass man sich die ganz genau anguckt. Weil dort entscheiden sich immer die Donnerstags. Das ist immer wieder das Gleiche. Und deswegen würde ich hier wirklich sagen, passt da auf. Und beim Donnerstag fängt es eben hier jetzt im Bereich der 670, 650 an und darunter macht er sich auf. Da macht er sich den Weg auf. Und deswegen merkt er auch, ich gehe von der 600, ich distanziere mich ein bisschen von der, weil es für den Donnerstag jetzt eigentlich eher untypisch wäre. Außer er macht wirklich einen schnellen Schuss da drauf und ballert direkt auf der Stundenkerze noch zurück, haut da so eine lange, lange, lange Lunte an die Kerze dran. Das wäre dann eine Longvorlage, ganz klar. Aber das Risiko, dass es abhaut, ist ja da. Und jetzt, wo auch alle so trainiert sind, dass immer wieder zum Donnerstag, Freitag hochgekauft wird und wir aber den Verfall haben und sich ab Verfall, ja, gewisse Zwänge lösen, gewisse Verhaltensmuster auflösen, weil die Interessen am Markt verschwinden. Diejenigen, die versucht haben, jetzt hier wochenlang den Markt zu fixieren, eben auf den großen Verfall hin, die hören dann auf. Die haben ihr Ziel dann erreicht. Und dann kann es durchaus sein, dass das Bewegungsverhalten der letzten Wochen sich ändert und diese Verkeilung auflöst, nach oben oder nach unten. Das ist vollkommen egal. Für uns ist wichtig, dass wir es erkennen und mitgehen. Wir hatten jetzt auch wieder relativ viele Kommentare. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mache da mal ein Video zu. Ich muss auch da ein Video mal zu machen, dass die Leute, die neu sind, auch verstehen, was wir hier eigentlich machen. Es geht nicht darum zu sagen, der Markt steigt morgen oder der fällt morgen. Wir haben keine Glaskugel. Und es ist doch uns scheißegal. Mir ist es vollkommen scheißegal. Und nicht, weil ich Millionen mit dem Video stelle, was ich hier reinstelle und, keine Ahnung, für die Werbung, die da draufgeschaltet ist, 20 Euro pro Monat kriege. Nein, nein, nein. Hier geht es einfach nur darum, dass wir sagen, Wir gucken uns im Chart die Punkte aus, wo Reaktionen erzeugt werden, die aufgrund von Chart-technischen Mitteln, Methoden oder Mustern eben eine bestimmte Reaktion erzeugen. Wie zum Beispiel, wenn er hier drunter geht und er schließt hier eine schöne fette Stundenkerze, dann zieht man sehr, sehr, sehr oft auf eine solche Situation, dass der Markt unten raus versucht zu übertreiben. Das wirklich versucht, mehrere, drei, vier, fünf Stunden hintereinander, hohe Stundenkerzen zu bauen. Das heißt, wenn wir das sehen im Ansatz, nutzen wir diese Analyse, Chart-Technik, dazu, um zu sagen, Jetzt nehme ich vielleicht erstmal eine Long-Position weg, wer hält sich noch eine drin habe, und sichere vielleicht sogar mein Depot kurzzeitig ab. Es geht aber nicht darum zu sagen, Hey, der Martin hat gesagt, er kann bis hier runterfallen, ich gehe jetzt hier Short früh rein. Das ist nicht Sinn und Zweck der Analyse. Ja, weil das kann oben oder unten. Ich habe keine Klassik, ich weiß nicht, was kommt. Keiner weiß, was kommt. Gar keiner weiß, was kommt. Jeder sagt nur, was er denkt. Und deswegen geht es darum, zu gucken, wo sind die Bereiche, wo ich Geld verdienen kann als Trader. Wo sind Bereiche, wo ich eine schöne Wahrscheinlichkeit hätte, dass ich leicht einen Trader eingestattet kriege, der mir direkt anläuft, der mir Punkte bringt und den ich im Tech-Profit einernten kann. Es geht aber nicht darum zu sagen, Ich habe ein DAX ETF gekauft vor sechs Monaten. Martin, ich habe jetzt deine DAX-Analyse geschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob es morgen steigt oder fällt. Was mache ich denn jetzt mit meinem DAX ETF? Das ist nicht Ziel und Zweck dieser Analyse. Das geht wirklich um das Trading. Um diese Punkte rauszuholen. Guckt die Pfeile an. Das sind alles Pfeile aus vorherigen Analysen. Punkte, wo wir gesagt haben, wenn der Markt dieses Niveau überreicht, schreitet dann gesteigte bestimmt bis dahin. Dann kann man sich diese Strecke bedienen. Wenn der Markt dieses Bereich unterschreitet, würde er wahrscheinlich bis auf diese Kante zurücksteigen und von dort, wenn dort eine grüne Kerze kommt, kann man Long probieren, wieder in den Bereich zurück. Dann geht man hier hin, sieht, aha, der fällt runter, dann sucht man sich den Short. Auch wenn es vielleicht so wirkt, wie es ist falsch gefallen. Aber man sucht sich dann den Short, die Short-Position bis hier unten. Holt hier vielleicht die Short-Position raus, wartet auf die grüne Kerze, auf die Signalkerze, die einem dann die Rechtfertigung für einen Long gibt. Weil ohne Signal macht es keinen Sinn, sich ins fallende Messer reinzustellen. Und dann holt man sich die Strecke. So kann man diese Analyse für sich nutzen. Nicht aber, indem man sagt, ja, wohin geht es denn morgen? Das ist nicht Sinn und Zweck der Analyse, sondern wirklich die Punkte zu identifizieren, an denen eine bestimmte Bewegung erreichen kann. Und da ist es schon markant, dass wir sehen, dass er mit drei Füßen auf der 6,70 stellt. Das heißt, wenn die nach unten fällt, fallen gelassen wird und er schließt sie drunter und er verteidigt dieses Niveau nach unten, dann ist das Schwäche. Und das kann man shorten. Schwäche shorten ist immer eine gute Idee. In Stärke rein shorten, das tut vielen, vielen immer das Knick brechen. Genauso wie in Schwäche hinein Long aufbauen. Instinktiv macht man das, aber das ist nicht das, womit man Geld verdient. Also, in diesem Sinne, bedient euch eures Verstandes, nutzt eure Augen und seid benährlich zu euch. Geht nicht danach, was für eure Position das Beste ist, sondern sagt ganz klar zu euch, naja, jetzt ist er ganz klar drunter, der ist schwach, also ist das ein Short. Macht nicht das, was 90% der privaten Trader machen, die dann sagen, boah, der hat aber weit gefallen. Jetzt muss er hier aber mal wieder zurück und stellen sich dann gegen den Trend. So von ihr 90%, nämlich nur Kohle. Okay, also, die Punkte sind, denke ich, klar, 7,80 oben, 7,50 bis 7,80 oben und unten die 6,70 bis 6,50. Das sind die Knackpunkte dazwischen. Scheißegal, was man macht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht, ist mir total egal, aber spannend wird es für mich an den Punkten, weil dort lässt sich Geld verdienen. Entweder löst du sie nämlich nach oben auf oder drückt sie komplett bis zur anderen Seite durch. Und ich glaube, das ist ganz nett, das ist ganz interessant. Also sollte man dort den Fokus setzen. Guckt mir ein bisschen auf die 600, ne, guckt mir ein bisschen auf die 600, aber wenn der durchmarschiert, 6,35 durchmarschiert, 600 durchmarschiert, glaube ich, schlagen wir direkt, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, direkt auf die 5,70, 5,60 hier einmal auf und dann Stück für Stück eben weiter noch, 5,50 und 5,10. Und das kann bis Tagesende dann durchaus auch mal unten bleiben. Es kann sein, dass es mal ein anderer Donnerstag wird, aber wenn ihr harte grüne Kerzen, ihr kennt das Bild, aus den ganzen letzten Wochen kommt, dann seid ehrlich zu euch selber und dann nutzt es zu eurem Vorteil und steht nicht wieder da und sagt, der Markus ist ja total verrückt, was er macht, aber das ist ja gar nicht, er macht ja das, was er die ganzen letzten Wochen nur gemacht hat. Und da ist man dann doof, wenn man es nicht einfach für sich nutzt. Das muss man auch mal so ehrlich sagen, wie es ist. Also in diesem Sinne, wünsche ich euch viel Erfolg zum Donnerstag Schaut genau hin, Stundenchart ist immer eine gute Hilfe am Donnerstag. Die sind meist sehr, 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 sehr direkt und ehrlich, die Kerzen. Sieht man nicht viel Tricksereien, nicht viel Trügereien. Nur zum Donnerstag ist das so. Weiß nicht, warum das so ist, aber es ist so, also können wir es für uns nutzen. Und genau, also in diesem Sinne, viel Erfolg und dann hören wir uns noch für morgen. Bis dahin, also im Video morgen für Freitag. Bis dahin, tschöö.